hallo ihr lieben ich grüße euch hier zu meinem video und wünsche euch alles liebe erst mal danke dass ihr angeschaltet habt ja für euch gibt es jetzt ein live hole und zwar thomas phillips viel spaß beim zuschauen ich weiß nicht was gibt es hier in euro und die staubtücher oh wie süß ich liebe ja so dieses design 19 euro von ok also zuckerwatte das hat meine mama auch alles mögliche alles mögliche staubsauger losen ist ja auch süß die sind gar nicht so schlecht die sind so ganz kleine 1,20 1,20 1,20 das 70 1,20 das schön aus 5,20 gozo So, Sammeln hier. Okay, Adios und alles mögliche. Unsere Poptimente. Thomas Philipps hat schon einiges an Haaren. Für den Zahnpassen, Sammeln. Oh, wie süß diese hier ist. Kinderzaunbrüchte. Deo. Oh, wie schön das aussieht. 3,98 Euro mit dem Körper. Insektflasche Alkohol. Duftkerzen, oje. Oh, das sieht ja gut aus. Ich liebe Wassermelone. Oh, das duftet auch so geil. Wow, Kaffee. Ich tatsächlich noch Kaffee. Wohlabend u. Wohlabend. Wohlabend. Oh, ist das süß. Ein Euro. Oh, ist das? Ja, das ist das. Ein bisschen Idee. Wow. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ist ja ganz cool, kein Plastik ist aus Glas 4,98 Oh süß Sie sind ja schön hier Wow, verschiedene Motive, ich habe mir jetzt so einfach ausgesucht Das hier 1,49 Musik 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 So, ihr Lieben. Ja, jetzt sind wir zu Hause und ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Also ich konnte leider nicht so direkt und viel filmen, das fand ich sehr, sehr, sehr schade, weil wir sind sehr spät gefahren, es ist auch dunkel, sehr spät gefahren und deshalb, ich habe irgendwie hier Fosel gesehen auf dem Paar, waren dort die Mitarbeiter so viele und sie haben aufgeräumt und aufgefüllt und sonst was. Da war es echt schlecht zu filmen, aber das, was ich mitgenommen habe, war ich schon so zufrieden, ist besonders das Paradies für mich, dieses Weihnachtssachen, das schöne, tolle. Da fahren wir jetzt demnächst mit meinem Mann zusammen hin, weil wir stellen ja jetzt den Weihnachtsbaum auf und ja, vieles anderes, das zeige ich noch im Vlog. Ja, und da brauchen wir auf jeden Fall von Thomas Philips einige Sachen, so schöne Sachen, Wahnsinn. Ja, ich rede jetzt euch wieder nicht voll, so wie die Xenia es gerne liebt. Ähm ja, wünsche euch alles, alles Liebe. Danke, dass ihr mich abonniert habt und wer noch nicht abonniert hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr glücklich schätzen. Falls ihr Lust habt, bitte hier auf die Glocke drücken, abonnieren, liken und natürlich ist es kostenlos und unverbindlich und fühlt euch nicht gezwungen dazu, nur freiwillig. Ja? Immer noch alles nur freiwillig. So. Jetzt wünsche ich euch alles als Liebe und einen schönen Abend und jetzt ist Schluss. Tschüss ihr Lieben.